So sieht's aus. Liebe Freunde, Atlantik-Fieber, ein Mann, ein Boot, ein Ziel. Und nun sitzt er bei mir auf der Couch, Jan Heinze. Herzlich willkommen. Hi, Bino. Schön, dass du da bist. Du hast es ja in der MAZ ja ein bisschen erklären können, eine verrückte Reise. Wenn man jetzt die letzten zwei Jahre oder seitdem sich die Zeit anschaut, hat sich da viel verändert, deine Sicht zum Leben grundsätzlich? Zu Abenteuerlust und so? Ach, das wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Meine Sicht aufs Leben hat sich nicht wirklich verändert und man kommt auch nicht irgendwie als Zen-Master wieder. Ja, keiner hätte ja sein können. Nein, das ist nicht so extrem. Eigentlich finden die Erkenntnisse eher so in trivialen Bereichen statt. Ohne Witz. Also es sind ganz schlichte Dinge, die du eigentlich vorher schon wusstest, die aber durch dieses Abenteuer sich irgendwie stärker einprägen oder weiter hervortreten. Wirklich ganz einfache Dinge. Mach das, was du liebst. Mach das, was du liebst. Folge deinen Träumen und gib nicht früh auf, sondern folge deinem Herzen. So ganz triviale Dinge und die sind einfach stärker. Das wusste ich natürlich vorher auch, das weiß irgendwie jeder. Aber wenn du so ein Abenteuer gemacht hast und auch lange dafür investiert hast, Zeit und Geld und Aufwand und auch verzichtet hast an anderen Stellen und das dann absolvierst, dann weißt du, dass dich das gelohnt hat, weil die Genugtuung und die Freude am Ende wirklich ganz nachhaltig ist und ganz schön. Das waren ja gerade tolle Sätze. Das könnten so Plakat-Motive, Flyer-Motive sagen. Folge deinem Herzen. Aber ist ja so. Eigentlich sind das so die einfachen, simplen Dinge. Es sind die ganz einfachen Dinge, ja. Aber wir machen uns das Leben ja selber immer zu kompliziert. Leider Gottes. 33 Tage auf hoher See mit einer kleinen Pause, aber dennoch alleine auf so einem Riesenboot. Du hast nämlich einige tolle Impressionen mitgebracht, die möchten wir auch unseren Zuschauern nicht vorenthalten. Und damit ihr auch mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie so eine Reise aussehen kann, können wir das gerne natürlich auch hier live kommentieren. Und nicht ich, das musst du übernehmen, Jan. Mal zusehen. Genau. Also da sieht man mich am Start im Duanene, also in der Bucht von Duanene, das ist Nordbritannien ungefähr da, wo der englische Kanal in der Atlantik mündet. Und es war eine Regatta, das ganze Feld ist dort in der Startlinie noch zusammen, ungefähr 80 Boote. Und das Boot, auf dem ich da stehe, ist mein Boot, die Lone Star. Das ist der erste Tag nach dem Start in so einer Leichtwindphase. Ich sehe keinen mehr. Ja, das geht relativ schnell auseinander, dazu sage ich gleich nochmal was. Man hat sehr oft Delfine, die einen begleiten, das sind im Prinzip die besten Freunde auf See. Und wie man an meiner Kleidung dort sieht, das ist wirklich bis Kaya-Wetter, es war kalt, es war regnerisch und auch wirklich hart. Und man segelt tags, natürlich auch nachts. Da hat meistens eine rote Stürmlampe an, dass man nicht geblendet wird. Und das ist jetzt echt ein Zeitsprung. Aber da würde ich sagen, bin ich schon südlich von Lissabon im Passat-System. Und es wird immer wärmer von Tag zu Tag. Ja, du bist auch schon nackt. Die Kleidung hat sich deutlich verändert. Und ich schreibe da nicht irgendwie Tagebuch oder so, sondern man geht auch tatsächlich so Checklisten durch, um einfach gerade so die ganze Technik an Bord immer zu checken. Denn ohne das Boot ist man aufgeschmissen auf See und muss zusehen, dass man das heilen lässt. Und was mich wirklich, also die Nächte, und deswegen habe ich auch viele Clips nachts gedreht oder in der Dämmerung, die Nächte sind eigentlich noch beeindruckender an den Tropen als die Tage. Und hier nochmal so eine Szene bei Nacht im Rotlicht. Verstehen tut man mich da sowieso nicht, deswegen überspreche ich das einfach. Man hat in den Tropen so Wetterphänomene, die nennen sich Squalls, das sind Gewitterstürme, die relativ plötzlich kommen, aber auch schnell wieder weg sind. Und da muss man einfach sehr aufmerksam sein auf dem Atlantik. Und das ist ein ganz besonderer Moment, nämlich der Zieleinlauf. Und warum ich da meinen Ruder in die Luft strecke, das können wir ja gleich mal gesondert nochmal berichten. Aber da kam mir meine Familie auch entgegengefahren auf einem Schlauchboot. Und es ist wahrscheinlich der ergreifendste Moment der gesamten Reise, wenn man nach 33 Tagen und Nächten auf See wieder Menschen um sich hat und weiß, ich habe es geschafft und es ist zu Ende. Also beeindruckend, weil sogar ich gerade, mein Kiefer ist schon mal wieder. Da guckst du nur die Bilder an. Respekt, ehrlich. 33 Tage. Heißt. Es ist jetzt wahnsinnig schnell zusammengeschnitten, ne? Ja, es ist. Aber es ist wirklich eine richtige, es ist ein Rennen, es ist eine Regatta, es ist sogar eine sehr bekannte und vielleicht sogar die größte, glaube ich, Hochseeregatta für eine wirklich Profiszene. Aber es ist auch ein Abenteuer, was dir in Mark und Bein dringt. Auch für die Profis. Ich bin ja kein Profi, wenn man mit denen spricht. Auch die, trotz aller sportlichen und wettbewerbsorientierten Herangehensweise, die berührt das genauso. Es ist wirklich ein ganz besonderes Abenteuer. Ja, ja. Einen jungen Zuschauer da draußen, für die ist ja ein Abenteuer, wenn sie kein WLAN haben. Ja. Dann über euren Franken stellen sich die Frage, wie überlebe ich das Ganze. Aber für euch, Abenteuer ist das, wenn du auf offener See bist und da wirklich keinen Empfang hast. Und ich weiß zum Beispiel von deinem Vortrag, dein Radio ist auch mal ausgefallen. War da nicht was? Also zum Thema Kommunikation und WLAN muss man ja Folgendes erstmal sagen. Also WLAN kannst du eh vergessen, Handynetz auch. Das hast du nach einem halben Tag nicht mehr. Aber abgesehen davon ist Kommunikation ohnehin verboten. Das heißt, auch Satellitentelefone, mit denen man dann kommunizieren könnte, sind verboten. Also das Rennen wird ohne Kommunikation, also ohne Unterstützung gesegelt. Das heißt, man darf sich auch nicht über ein Satellitentelefon Wetterinformationen vom Festland holen oder Reparaturanweisungen, wenn dir irgendwas kaputt geht. Sondern du bist tatsächlich auf dich allein gestellt, egal was passiert, muss man sagen. Du hast eine Notrufbarke, wo du im ernsthaften Notfall Hilfe anfordern kannst, die dann hoffentlich nach 24, 48 Stunden auf irgendeinem Weg bei dir ist. Aber erstmal bist du wirklich ganz alleine. Und am Ende sagtest du, du wolltest noch auf eine Sache hinaus. Du hast etwas in der Hand gehalten zum Schluss. Was war das? Also so ein Segelboot hat, mein Boot hat zwei Ruderblätter. Aber man muss sich das so vorstellen, für Nichtsegler, damit steuerst du. Also das ist praktisch, das sind zwei Ruderblätter, die hinten am Heck. Das sind doch die, die man nach links und nach rechts schwenkt. Ganz genau. Und mein Boot hat zwei, weil es ein sehr breites Heck hat. Und man braucht, je nachdem auf welcher Seite das Boot so ein bisschen angeneigt ist, das eine immer mehr als das andere. Und mir ist, durch einen unglücklichen Zufall, ich bin bei sehr hoher Geschwindigkeit, in eine unter der Wasseroberfläche treibende Euro-Palette gerast. Eine Euro-Palette? Es war vermutlich eine Euro-Palette. Man sieht das nicht so richtig. Es war eine Dämmerung und es war sehr schnell. Und man kann das nicht so in Ruhe beobachten, wie aus dem Auto, sondern man hört einfach einen wahnsinnigen Knall und einen Rucken im Schiff und dann schoss hinten im Heckwasser so ein riesiger Holzgegenstand, eine Tischplatte, eine Euro-Palette, irgendwie sowas raus. Und das hat mich mein Steuerbautruder gekostet. Und ich konnte es auch nicht reparieren, weil es wirklich schwer beschädigt war. Und das war Mitte Atlantik ungefähr. Und ich hatte noch 2000 Meilen vor mir. Und das hat das Rennen auf jeden Fall beendet. Ich konnte nicht mehr sehr schnell fahren. und auch nicht mehr die Taktik, Strategie für Folgen, die ich mir zurechtgelegt hatte. Aber es hat das Abenteuer noch größer gemacht, muss man sagen. Ich bin das Rennen dann zu Ende gefahren oder das Stück zu Ende gesegelt, war dann noch 15 Tage eben mit diesem ziemlich stark beschädigten Schiff unterwegs. Und einerseits war das eine Enttäuschung, weil ich eine Regatta fahren wollte. Andererseits war es irgendwie auch ein ganz großer Gewinn, weil das Abenteuer ist noch größer gewesen. Und der Moment des Ankommens war einfach noch intensiver, weil du eigentlich damit, also die Integrität deines Bootes ist echt in Zweifel infrage gestellt, wenn du so einen Schaden hattest. Und das geht nicht mehr aus deinem Kopf, bis du schließlich angekommen bist. Und wenn du es dann geschafft hast, bist du echt glücklich. Anders kann man das nicht sagen. Wie viele Tage schneller wärst du theoretisch gewesen? Das ist schwer zu sagen. Also was wäre normal? Ich weiß nicht, wie viele Tage hat sich das Ganze verlängert? Das hat auf der zweiten Etappe, ist mir das passiert. Ich habe für die zweite Etappe 22 Tage gebraucht und ich habe eigentlich mit 18 bis 19 Tagen gerechnet. Also es waren so knapp über 10 Prozent, die mich das nachher gekostet hat. So what? Dann ist das einfach. Ja, wurscht. Hast du mehr Delfine gesehen? Habe ich mehr Delfine, mehr Sternschnuppen, mehr Eindrücke, ja. Wenn man jetzt mal dieses Digitale weglässt und nicht darf, hat man einen ganz normalen stinknormalen Kompass? Oder woran er orientiert? Na, du hast schon Navigationshilfen. Einen Kompass hast du auf jeden Fall. Einen Magnetkompass. Einen klassischen mit Magneten zu holen. Ja, den hältst du nicht in der Hand, der ist verbaut, aber du hast einen Magnetkompass in der Tat. Und du hast GPS, das heißt, du hast Navigation über GPS-Systeme. Das gibt dir immer einen ganz sicheren Standort. Obgleich man da sagen muss, du kannst auch mal einen Blitzeinschlag haben. Im ganz schlimmen Fall, dann fällt dir die gesamte Bordelektrik aus und auch das GPS. Das heißt, Navigation mit den Sternen. Das muss man können, oder? Das muss man können, ist auch vorbereitet, ist auch gefordert. Das macht man mit Sextanten und schießt die Sonne, sagt man. Also man misst den Winkel der Sonne zum Horizont zu bestimmten Zeiten, um daraus mit ein bisschen Mathematik seinen Standort berechnen zu können. Und damit kannst du dich dann sozusagen wieder an Land navigieren. Das ist nicht so schwer, wie sich das anhört. Das hört sich nach Rocket Science an. Es sind ein paar... Meinst du? Ich glaube, ich werde hier in den Bus gefahren und werde in Timbuktu gelandet. Ich könnte es nicht. Aber Respekt. Wir schnacken gleich noch ein bisschen darüber. Und außerdem hier nochmal der Hinweis für euch daheim. Falls ihr sein ganzes Abenteuer mal nachlesen möchtet, das Buch ist erhältlich. Und einfach mal lesen und das Abenteuer, dieses Fieber, dieses Gefühl mal bekommen. Atlantik Fieber, ein Mann, ein Boot, ein Ziel. Hier sind die magischen 15 Fragen auf jeder Karte. Ich kenne die Fragen nicht und mein Gast auch nicht. Und heißt zuerst, du darfst aussuchen, unten oder oben? Oben. Oben, dann nimm. So, umdrehen. Du kannst ja gucken, das sind die Fragen, die du mir gleich stellst. Wer fängt an? Du, ich? Wollen wir schnick, schnick, schnuck? Ja, können wir machen. Schnick, schnick, schnuck. Einmal? Okay, alles klar. Schnick, schnack, schnuck. Nochmal. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ha, ich wusste, dass du das ein drittes Mal auch machst. So, wer hat gewonnen? Du hast gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Okay. Das heißt, ich habe gewonnen. Ich stelle zuerst die Frage. Okay. Du hast 90 Sekunden Zeit. Wenn du die Frage, die Antwort nicht sofort... Sag ich weiter. Kannst du sofort weitersagen? Und wenn sie falsch ist, ist sie falsch. Dann schauen wir mal, wie viele Fragen du richtig beantworten. Um was stehen wir? Um die Ehre bei uns eigentlich. Ich kann auch um das Buch spielen. Wer gewinnt, kann das Buch behalten. Der darf leben. Okay, sind wir soweit? Ja. Okay, dann Time Go. 90 Sekunden. Wie heißt das Kindermädchen, das direkt im Haushalt der Familie arbeitet? Eine berühmte Serie. Das Kindermädchen? Ja. Muchacha? Nein. Giraffen leben hauptsächlich in... Afrika. Wie ist die umgangssprachliche Bezeichnung für Mallorca in Deutschland? Malle. Zu welcher Boy-Group gehörte Robby Williams vor seiner Solo-Karriere? War nicht Run-DMC, sondern New Kids on the Block? Nee. On the Block? Nee, keine Ahnung. Was befindet sich auf der Rückseite der deutschen Ein-Euro-Münze? Gibt es eine deutsche Ein-Euro-Münze? Das Berliner Tor. Das Brandenburger Tor. Ja, natürlich. Berliner Tor. Ist klar, Digga. Mann, Mann, Mann. Die alten Schriftzeichen der Germanen bezeichnet man als... Hieroglyphen. Keine Ahnung. Auf welchem Kontinent liegt die Republik Sierra Leone? Sierra Leone, Afrika. Wie heißt die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern? Schwerin. Welches Land grenzt an Albanien, Mazedonien, Bulgarien und die Türkei? Der Iran? Äh, fast. Wann ist der Nationalfeiertag in den USA? 4. Juli. Personen mit dem Tierkreiszeichen Steinbock, Wassermann, Fische sind in welcher Jahreszeit geboren? Äh, Wassermann und Fische Februar. Jahreszeit, Winter. Früh, Winter. Okay, pass auf. Ganz kurzer Hinweis. Diese berühmte RTL-Serie heißt The Nanny. Ja, kenn ich nicht. Achso, kennst du gar nicht? Okay. Ich guck kein Fernsehen. Boy-Group war Take That. Richtig. Richtig, ne? Euro-Münze, Bundesadler. Ja, okay, keine Ahnung. Macht der nix? Schriftzeichen. Ja, was heißt? Die Runen. Du, ich hör das auch zum ersten Mal. Hätte ich auch nicht gewusst. Aber ich hätte nicht Chirurg-Lümpfen gesagt. Nee. Aber irgendwas musst du ja sagen, ne? Achso, genau. Und welches Land grenzt an Albanien, Mazedonien, Bulgarien und die Türkei? Du hast gesagt? Ich hatte Iran gesagt. Knapp daneben Griechenland. Griechenland. Haben wir noch was? Oh, Winter. Was gab es denn noch hier für Fragen? Ein anderer Begriff für audiovisuelle Medien? Fernsehen? Solche Modeunternehmen vermarktet die Damenkollektion Miu Miu. Das hätte ich auch nicht gewusst. Prada. Prada. Okay, gut. Quadraturzel von 100 ist? Ja, komm, hör auf. Ich bin jetzt dran zu fragen. Das ist ärgerlich drauf. Nee, ich will nur die Regeln anhalten, ne? Oh, schade. Hier bitte schön die Karte. Achso, was soll ich anstreiten? Ja, damit du ein Häkchen machst, dass ich auch die... Alles klar. Warte mal, wie viel hast du richtig? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich muss fünf toppen. Okay. Bist du soweit, Bedo? Ja, klar. Rock'n'Roll. Kann losgehen? Mhm. Und los. In welcher Stadt befindet sich das Deutsche Currywurstmuseum? Berlin. Korrekt. Wie oft dreht sich der Mond um sich selbst bei einer Erdumdrehung? Einmal? Nein. Welche Stadt wird auch die Rote Stadt genannt? Die Rote Stadt. Moskau? No. Welcher Planet wird vorrangig als Morgenstern bezeichnet? Uranus. Was hat man am nächsten Morgen, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat? Karte. Richtig. Deine Person, die z.B. bei Fußballspielen durch aggressives Verhalten auffällt, nennt man? Das ist übrigens nicht deine, sondern eine. Eine. Äh, 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 keine Ahnung, weiter, weiter. Doch, weißt du, die Typen, die im Stadion immer rumgrölen. Ach, äh, Hooligan. Genau die. So. An wie vielen Staaten, aus wie vielen Staaten besteht die Europäische Union? 27. Fast. Welcher... Äh, Hindu, Hinduismus. Hinduismus. Korrekt. Fidel Castro war fast 50 Jahre Staatsoberhaupt von Kuba. Wie viele Fragen waren das? Wollen wir gucken. Also es waren jetzt elf Fragen und du hast richtig die erste, die fünfte, Hooligan war auch richtig, Afrika, Hinduismus. Fünf Richtige. Echt? Nicht mehr? Wie viel hab ich denn richtig? Ach, du hast auch fünf Richtige. Alles klar, Mann. Heute ist unterschieden. Echt? Mann, waren das bekloppte Fragen heute. Ja, die waren schwieriger, ne? Ja. Die waren schwieriger als deine, fand ich auch. Berlin? Der Mond um... 14 Mal? Ja, das kann man, das hätt ich auch nicht gewusst. Ist das ja egal. Berlin, Kata, Hooligan... Wie komm ich denn überhaupt auf, äh, Gabriel? Ich wollt Konstantin sagen. Ja, das war so wie mit Hieroglyphen, ne? So, wir sind durch, ne? Ja, das Schlimme ist ja, wenn solche Fragen gestellt werden, dann merkst du das, wie schlecht du bist. Ja, nee. Aber das sind so lustig, das sind halt so spannende Fragen, ne? Die, die, die kann man mal gucken, dass man ein bisschen mehr lesen muss. Hätte ich dir jetzt fünf Fragen zum Segeltöner gestellt? Ich wollte eigentlich eine Frage einschmeißen aus dem Buch. Irgendwie so, was ist Backbord, was ist Steuerbord? Warte mal, Backbord, Steuerbord, äh, Backbord, also das eine, also geht es um links oder rechts, ne? Ja, in Fahrtrichtung, genau. Warte mal, Backbord, Steuerbord... Ich würde sagen, Backbord ist rechts, Steuerbord ist links? Ne, andersrum. Echt? Ja. Ja, verdammt. Ich weiß nur Heck, weiß ich nicht, weil das hinten ist. Ja, genau. Und vorne ist Bug. Ganz genau. Das weiß ich auch nur vom Auto. Das weiß ich auch nur vom Auto. Das ist so die einzige Verbindung. Wie lange hat eigentlich deine Vorbereitung gedauert, bis du quasi soweit warst? Sind wir auf Sendung? Sind wir auf Sendung? Ja, natürlich. Wusste ich nicht. Wo soll ich das wissen, Mann? Ja, ja, wir sind drauf. Ähm, sehr schön. Die Vorbereitung auf diese Atlantiküberquerung, fünf Jahre. Fünf Jahre? Fünf Jahre. Du veräppelst mich. Aber jetzt veräppelst du mich? Nein, überhaupt nicht. Fünf Jahre. Ich dachte vielleicht drei Monate, sechs Monate? Nein, das ist unmöglich. Fünf Jahre? Fünf Jahre, ja. Aber ich meine, ich bin auch kein Profi, ne? Du kannst das auch in einem... Nein, das ist mir klar. Fünf Jahre? Du kannst dich in einem Jahr vorbereiten, du kannst dich auch in anderthalb Jahren vorbereiten. Die meisten machen anderthalb Jahre so. Wow. Das eine ist, du musst, was du vorher schon können musst, ist segeln. Du lernst nicht in einem Jahr segeln oder so. Ich segel ja seit meiner Geburt quasi, bin immer schon dabei gewesen. Ja, doch, als Säugling auch dabei gewesen. Krass. Das ist etwas, was du nicht in einem Jahr lernst. Aber was du in ein oder zwei Jahren oder auch in mehreren Jahren machst, ist, du lernst dein Schiff kennen. In- und auswendig. Wie verhält es sich bei allen Situationen? Und du lernst dich selber kennen. Wie kommst du klar, wenn du mal ein paar Stunden in der Flaute liegst oder im Sturm bist? Oder in schwierigen Situationen unter großer Erschöpfung nachts segelst? Und das machst du nicht von heute auf morgen, sondern das willst du über einen längeren Zeitraum kennenlernen, bevor du den Sprung über den Teich machst, diesen großen... Respekt. Ehrlich? Das hätte ich niemals erwartet. Ja. Man kann das auch in ein oder zwei Jahren machen. Aber da musst du der Sache auch deine gesamte Zeit widmen und das kann ich nicht als berufstätiger Mensch in Hamburg. Boah. Fünf Jahre. Ich bin so eineinhalb fünf. Ich könnte morgen loslegen. So wie Marathon, weißt du? Dann machen wir Marathon, aber nicht sowas. Marathon kannst du nämlich rechts rangehen und sagen, ich will nicht mehr. Ja, genau. Wollte ich sagen. Bei Marathon... Ich habe ja schon ein paar Leute kennengelernt. Damals bei den Bundesjugendspielen und so. Gab es immer so Klassenkameraden? Ey, ich muss nicht trainieren. Ich laufe 800 Meter so nach 200 Metern hart auf den Boden gelegt. Ja, wie war es so immer mit 800 Metern? Ja, das sind so meine Lieblingskane. 42 Kilometer war es das schon. Gab es so Momente, wo es mal brenzlig wurde, wo du auch mal vom Boot gefallen bist? Keine Ahnung. Bei sowas denke ich immer an Hollywood-Filme. Da gab es ja diesen tollen Film mit George Clooney, wo da die Wellen 300 Meter hoch waren. Diesen Kutter der Fische, der bei der Fischfang. Ich weiß, das ist der Perfect Storm, ne? Ja, genau. Ist der Sturm so wie ein Hollywood-Film? Also... In echt? Es gibt starke Stürme. Also von ganz heftigen Stürmen bin ich zum Glück verschont geblieben. Aber wir hatten Starkwind, wir hatten auch Sturm. Je nachdem, wie du das definierst. Aber solche Wellen wie in dieser Hollywood-Produktion, das... Also ich weiß nicht, ob es das irgendwie gibt. Es gibt es vielleicht, aber das hatte ich nicht. Okay. Und... Du bist auch nicht vom Boot gefallen oder so? Also dieses vom Boot fallen ist kein lustiges Thema. Das ist echt binär. Eins oder null. Wenn du runterfällst, ist es vorbei. Echt jetzt? Ja, klar. Wenn du das Boot segelt... Aber du bist doch festgebunden, oder? Okay. Aber auf... Dachte ich immer. Du hast vielleicht eine... Ich habe mich immer gesichert und es gibt die Chance, sich dann wieder ein Boot an Bord zu ziehen. Aber darauf sollte man nicht zählen. Weil wenn das Schiff mit mittelstarker Geschwindigkeit unterwegs ist... Was heißt mittelstark für euch? Ach, Knoten. In KMH? 20? Keine Ahnung. Ja, weniger vielleicht sogar. Aber das darfst du... Das kannst du nicht vergleichen mit dem Straßenverkehr, weil du bewegst ja so ein Boot durchs Wasser im Wellengang und so. Das sind schon heftige Kräfte, die da wirken. Und wenn du da hinterher geschleift wirst... Vielleicht kommst du wieder an Bord, aber man sollte nicht darauf zählen. Das heißt, über Bord, über die Reling hinweg fallen, darf einfach nicht... Darf nicht passieren. Und du musst alles tun, damit das wirklich ausgeschlossen ist. Und dann bist du da angekommen? Ähm... Der Rhythmus, der Schlafrhythmus, den hat man ja wahrscheinlich gar nicht in so einem Boot, oder? Du hast... Was ist so maximal Schlaf? Drei Stunden? Das ist wirklich maximal. Echt? Das habe ich mir auch hin und wieder... Ich glaube, das habe ich mir zwei- oder drei- oder viermal auf der ganzen Reise gegönnt. Es kommt... Gegönnt? Drei Stunden? Ja. Klingt ja schon bei dir wie Ausschlafen. Ja, das ist wirklich wie Ausschlafen. Also das ist wirklich wie eine Zehn-Stunden-Nacht so hier im Büroalltag in der Stadt. Aber das mit dem Schlafen ist speziell, ne? Zum einen musst du wissen, in welchem Seegebiet du dich befindest. Gibt es Berufsschifffahrt? Also wenn da ein Containerschiff im Weg ist, die werden keine Rücksicht auf dich nehmen, sondern die fahren dich über und dann war's das. Das hast du nachher... Veräppelst mich gerade jetzt. Endlich jetzt? Natürlich, klar. Das hast du aber nur in bestimmten Seegebieten. Ich habe auf der ganzen... Also es war ja meine dritte Atlantiküberquerung. Ich habe das vorher schon zweimal gemacht auf größeren Schiffen und das ist zwar bekannt, aber du sammelst Erfahrungen und auf dem zweiten Abschnitt zwischen den Kanaren und der Karibik habe ich auf allen drei Atlantiküberquerungen kein einziges Schiff gesehen. Keins. Kein Containerschiff, kein Kreuzfahrtschiff, keinen anderen Segler, gar nichts. Und deswegen... Irgendwann bist du so, dass du sagst, also die Wahrscheinlichkeit, dass du hier eine Kollision hast, ist so gering, ich gönne mir jetzt drei Stunden Schlaf. Das zweite ist aber, du musst ja auch dein Schiff in Fahrt halten und dazu gehört ein optimaler Trimmen der Segel, ein optimaler Kurs zum Wind und wenn du da zu lange schläfst, dann bleibt das Schiff irgendwann vielleicht stehen und du schläfst weiter. Das ist eine ganz blöde Frage von einem super Amateur, der keine Ahnung davon hat. So was wie Autopilot gibt es aber wahrscheinlich? Doch, es gibt natürlich. Ah, gibt es? Aber hallo, ja klar, du kannst ja nicht schlafen, also du könntest unter bestimmten Bedingungen auch ohne Autopilot schlafen, aber in der Regel möchtest du, dass das Boot sehr stabil weitergesteuert wird und du hast relativ performante Autopiloten an Bord, die dann deine Arbeit an der Pinne am Steuer übernehmen, wenn du schläfst. Ah, okay. Die darfst du auch einsetzen. Ja, die darfst du einsetzen, ja. Ja, genau. Aber das heißt nicht, dass du dich zwölf Stunden in die Kuril legst und das Schiff fährt dann mal so weiter. Das ist einerseits viel zu gefährlich und andererseits ändert sich das Wetter auch. Und wenn es nur Details sind, du musst Segel wechseln, du musst Segel verkleinern oder vergrößern oder den Kurs anpassen, kannst du nicht lange schlafen. Und dann haben wir deine Freude gesehen, als du jetzt mal endlich angekommen bist. War diese Freude eher Erleichterung oder einfach nur die Euphorie, dass man wieder so eine Regatta oder mit so einer Regatta bis ins Ziel geschafft hat? Du willst unbedingt ankommen, ne? Also du, es ist wirklich wie so, es ist ein bisschen paradox dieses Ankommen-Thema, weil wenn du so lange auf See bist, dann wirst du irgendwann, ich sage mal, du öffnest dich sehr stark und du lässt einfach sehr viele Gefühle zu und du lässt auch die Eindrücke zu. Also die Schönheit der Natur, der Sternenhimmel, aber auch so das Bedrückende, wenn schlechtes Wetter ist und ich will nicht von Angst sprechen, aber wenn da Gewitter, Wolken auf dich zuziehen, dann wird es irgendwie... Ich hätte Angst. Du bist ernst, das ist ernst irgendwie so. Und wenn du in einer Crew bist mit Leuten zusammen oder auch nur zu zweit, dann kannst du das ganz gut verarbeiten zu zweit. Aber wenn du alleine bist, musst du dich diesem Ding einfach stellen und dich sehr stark auch seelisch öffnen, möchte ich einfach mal sagen. Klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber das führt irgendwie dazu, dass du wahnsinnig... Es ist fast wie so ein Flow-Zustand. Du akzeptierst das irgendwann und du sagst, also ob ich jetzt noch 10 Tage segle oder 20 oder 30, spielt keine Rolle mehr. Ich bin jetzt immer auf See. Ich bin nur noch Seemann und nur noch Segler. Und es gibt nur noch mein Schiff und mich und alles andere um mich herum, sonst nichts. Das ist auch ein Zustand, zumindest das ist für mich so, wo du sehr stabil bist. Also du bist nicht zu euphorisch und nicht sehr ängstlich und kannst auch mit sehr wenig Schlaf auskommen. Aber wenn du dann ankommst und da kommen die ersten Bergkuppen über den Horizont und irgendwann siehst du Häuser und Bäume und Strand und dann kommt dir noch ein Schlauchboot entgegen, wo deine Freunde drauf sind und deine Familie und so, dann wirst du aus diesem Zustand, den ich eben beschrieben habe, rausgerissen. Du willst unbedingt ankommen, aber du verabschiedest dich innerlich auch von dem, was du vorher erlebt hast und diesem seelischen Zustand. Und das ist ein ganz krasser Mix angefühlen. Das ist, als ob du eine Bloody Mary und ein Gin Tonic und ein Rotwein und alles runter und bist wirklich, das ist wirklich ganz emotional. Aber es ist sehr schön. Keine mehr Vorstellung. Ja. Lieber Jan, ich danke dir recht herzlich. Schön, dass du da warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und für euch daheim, liebe Freunde, ihr habt natürlich die Möglichkeit, euch das Ganze mal genauer anzuschauen oder auch nachzulesen. Und ein tolles Buch, ein spannendes Buch über 33 Tage auf See. Also das Buch von Jan Heinze. Einfach mal zu Gemüte ziehen. Atlantikfieber, ein Mann, ein Brot, ein Ziel. Bei Türken würde das Ding heißen. Atlantikfieber, ein Mann, ein Döner, ein Ziel. Ich danke dir recht herzlich. Letzte Frage, wann ist die nächste Tour? Weiß ich noch nicht. Möglichst bald hoffentlich. Bald. Wir trinken 5 Gin Tonic, bin dabei. Alles klar. In diesem Sinne, schönes Wochenende, liebe Freunde. Und vielleicht noch mal zum Schluss der kleine Hinweis und der Aufruf. Morgen Mittag nicht vergessen, ja. Zwischen 13 und 17 Uhr bei der DKMS-Aktion dabei sein. Wir suchen noch einen Knochenmarktspender für NEVA. Im Kulturpalast im Bild steht, bin ich auf jeden Fall dabei. Und ich hoffe, ihr auch. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ortel Mobile. Ortel, wir sprechen deine Sprache.